Hi Leute, grüßt euch! Ja, habe ich heute mal wieder ein Double Feature rausgesucht. Heute mal was mit Löwen, habe ich mir gedacht. Ein halber Abo-Wunsch von einem Abonnenten. Er hat sich Wild Leo und China Shores gewünscht. Da es die beiden Spiele aber auf den neueren Spielepaketen gar nicht mehr gibt. Und ich das nur noch auf dem alten Paket drauf habe, was ich mir jetzt dann auch mal austausche. Ich werde also zwei neuere drauf tun, zwei verschiedene. Ja, habe ich den Wild Leo mal rausgesucht und den African Cash. Beides mit Löwen, beides mit Afrika-Thema. Schauen wir mal, was geht, Freunde. Ab geht's! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bei African Cash geht es kontinuierlich nach oben, finde ich gut. Bei Leo schwächelt man so ein bisschen, aber der Automat hat ja gerade viel ausgezahlt. Er hat jetzt irgendwie über 150 Euro rausgelassen und hatte dann höheren Gewinn, weiß gar nicht mehr einen Haufen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Untertitelung. BR 2018 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 Ich mache eine andere Kombi, komme gleich wieder. Bis zum nächsten Mal. Hoffen wir, dass wir da ein bisschen mehr sehen an dem. Der ist ja gerade wieder unten. Muss ich auch wieder aufladen. Ja, lasst mal Abo, Like, da nette Kommentare, Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Oh, haben wir einen 4er drin oder was? Ja, schön. Haut rein. Mach den gut. Ich pump mal ein bisschen auf.